Denke ich dich ab? Das ist gewollt. Ich habe was eingestellt. Das freut mich. Also 3 falsch darf man haben oder wie läuft das jetzt? Wir erklären das nochmal ganz kurz. Das sind jetzt Taktikaufgaben. Ihr könnt auch alle mitlösen und es geht einfach darum, mehr zu lösen als der andere in der Zeit. Und wenn man 3 löst, dann ist man raus. Das ist Game Over. So schaut es aus. Alles klar, dann drücke ich jetzt auf Akzeptieren. Ready? Steady? Go! Passiert nichts. Doch jetzt. Es geht hier vor allem um Mausgeschwindigkeit, habe ich das Gefühl. Ja, und Denkgeschwindigkeit auch nicht verkehrt. Ja, aber anfangen geht es irgendwie erstmal um Mausgeschwindigkeit. Mir fehlt dieses Soundfeedback. Das Soundfeedback. Ah, verstehe. Darauf schiebst du es jetzt, ne? Ja. Boim, flippen. So, tak, tak, tak. Wie steht es denn? Ich führe, ich führe noch. Ich hätte nicht schauen sollen. Jetzt bin ich abgelenkt. Immer dieselben Motive hier. Okay, 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 komm. Weg mit dem. Weg mit dem. Weg mit dem. Das änderte ich gar nicht gesehen. Egal. Alles funktioniert. So, hier den, tak, tsch. Lenke ich dich ab? Äh, ne, ich hab was eingestellt. Ah, das freut mich. Tak, 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 tak. So, was ist hier? Den nehme ich weg. Weg mit dem. Okay. Also manche sind ganz easy. Ist immer dasselbe Motiv hier irgendwie. Und manche sind ein bisschen schwieriger. Was ist denn das jetzt? Ich kann doch einfach durchlaufen. Was soll das? Was soll das? Ah ja, danke für den Tipp. Da war ich auch gerade. Ach Quatsch. Du lügst doch. Hat dich gleich. Er hat mich gleich. Er hat mich gleich. Gibt es immer einen vor? Ich bin einfach so langsam an der Maus. Das ist das Hauptproblem hier. Äh, was ist denn hier? Ja, da musst du jetzt einfach mal grübeln. Ja, das wird dich ordentlich aufhalten. Das wird dich ordentlich aufhalten. Ja. 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 So, das ist Matthäus. Äh. Oh, du kommst ja schon wieder ran hier. Du Frechdachs. Ja. Friday. Ich bin einfach so langsam mit der Maus. Eieieiei. Was ist denn das jetzt hier? So. Eieieiei. Okay, das geht hier ab. Checky, checky, checky. Ah, wow. Turm weg. Ah, ich krieg dich nicht mehr. Meinst du, ist schon so weit? Ah, du bist zwei vor. Ich hab schon zwei falsche. Ja, jetzt kommen die Tricks hier. Jetzt kommen die Tricks. Oh, wo ist denn hier das Matt? Noch ein Schach. Okay. Du hast gar keinen einzigen Fehler gehabt, ne? Ne, ich mach keine Fehler. Ja, es ist durch. Ich bin schon raus. Aha. Okay. Okay, okay, okay. Ja, gut. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke, 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 danke. Nochmal? Rematch? Ja, jetzt hab ich Bock. Ja, okay, okay, okay. Moment, wir müssen noch kurz sagen, wie hat es euch gefallen? Chat? Philipp hat neustisch. Redest du, Micky? Ja, ich weiß. Habe ich mir von Micky abgeschaut. Eins, wenn es euch gefallen hat, Chat? Ja. Ah, so viel Liebe im Chat. Liebe, Liebe. Okay. Okay. Ja, genau. Ihr könnt ruhig Vorschläge reinschreiben. Ich schaue euch nicht auf den Chat. Ich schaue euch nicht auf den Chat. Dafür ist überhaupt keine Zeit, auf den Chat zu schauen. Timo und Gnomi sagen bei mir eins. Oh, sagen eins. Okay. Viel zu krank, viel zu krank. Demoralisierend. Ja, ein bisschen schneller. Wir sind noch nicht mal gut, ne? Also... Nee. Nee. Ich glaube, Anish habe ich neulich irgendwie 40 machen sehen und zwar locker. Ja. Oder 44 oder so. Ja gut, so weit waren wir jetzt auch nicht weg. Ich hatte 37 jetzt. Ja, du warst nicht weit weg, ja. So, komm, nimm an. Wie viele Minuten ist das immer eigentlich? Drei Minuten oder was? Drei Minuten, ja. Okay, komm, machen wir noch eine Runde her. Auf geht's. Ja, aber den Anfang, den finde ich immer so langweilig. Das ist immer so... Ja, da geht es eigentlich nur um Geschwindigkeit. So. Deshalb spiele ich Puzzle Rush auch nicht so gerne, weil den Anfang, das ist... Kannst du mal quatschen. Ja, nur mit quatschen kann ich dich ablenken. Nur so kann ich gewinnen. Was ist denn das hier für ein langes Ding? Das ist ja nervig. Der hat zwar cheated. Viel zu lang, viel zu lang das Ding hier. So, was ist hier los? Hä? Ich schlag den einfach. Das ist eine komische Stellung. Wow, warum kam das so früh? Das war kompliziert, ne? Ich bin verwirrt. Hey, ich führe! Du führst! Uiuiui! Uiuiui, das gibt's nicht. Das muss hier auf ein... Boah, wiederführt. Wiederführt, ich hab... So, jetzt bin ich jetzt... Ich komm ran, ich komm schon ran hier, ich komm schon ran. Ich komm ran. So, einen hast du noch vor mir, aber dann ist gleich Schluss. Gleich Schluss. Kannst du? Ja, klar. So, 2020, mein lieber. 2020. Ich sehe nichts. Jetzt ziehe ich davon. Ich ziehe vorbei! Ich ziehe vorbei! Ich sehe es nicht! Ja, ich weiß nicht, wo du hängst. Das war auch alles easy jetzt gerade. Ah! Ich hab den Doppelangriff nicht gesehen. Da haben C4 Schach. Ja, das kann schon mal passieren. Oh Gott. Ah! So! Illegal. Illegal. Zug. Wolltest du da an den zwei machen? Ja! Oh nein! Ich hab... Oh man! Das darf nicht wahr sein. Was ist das jetzt hier? Hä? Ab und zu schleicht sich eine mega einfache rein. Ja, das ist das Problem an der Geschichte. Ich darf mir keinen Fehltritt mehr erlauben. Das freut mich. Da komme ich niemals mehr ran. Komische Aufgabe. Wo war die Taktik? Ja, das sagst du jetzt nur wieder. Oh, diesmal sind wir aber grottenschlecht. Ja, die waren ein bisschen schwieriger, sagen wir mal. Die waren vor allem länger. Die waren einfach zu lang. Die waren zu lang. Okay. Noch eins? Eine noch. Eine noch. Okay, okay, okay. Ja, macht schon Bock, aber... Okay, auf geht's. Auf geht's. So, erstmal schön das Grundreinmatt. Ja, das Grundreinmatt wird häufig geübt und Doppelangriffe werden auch gerne geübt. So, nochmal Grundreinmatt. Wie schön, weil wir es noch nicht häufig genug hatten. Oh, bitte. So. Ist nur Grundreinmatt, ne? Ja. Ach, komm. Weg mit dem. Was ist das? Zack, zack. 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 Okay. Immer wieder Grundreinmatt. Oh, nice. Okay. Was ist hier los? Ich führe. Möchte ich nur ganz anders. So, was haben wir hier für eines? Komm weg mit dem. Weg mit dem. Hä? Oh Gott. Das hat viel zu lange gedauert. Viel zu lange, viel zu lange. Ich sehe es aber noch nicht. Viel zu lange dauert das hier alles. Hä? Was ist das? Dame weg? Ja, Dame ist weg. Wo, ich sehe überhaupt nicht, wo stehe ich denn hier. Achso, so muss jemand. Bin schon völlig verwirrt. Völlig verwirrt. Oh fuck, der war richtig, richtig falsch. Richtig falsch. Ich will die ganze Zeit illegale Züge machen. Ja, das ist natürlich dann schwierig. Was mache ich denn hier? Hä? Hä? Ich sehe es nicht. Ich sehe... Achso, so. Okay. Nein! Verdrückt! Uiuiuiui. Uiuiuiuiui. Uiuiuiuiui. Ich sehe es nicht. Oh Mann, ich habe mich verdrückt. Jetzt darf ich keinen mehr falsch machen. Sonst holt er mich. Sonst holt er mich. Oh, jetzt bin ich nervös. Ich bin nervös hier. Was kommt hier? Ah! Ja, da habe ich auch lange gebraucht. Ei, ei, ei. Oh, was ist das schon wieder? Okay. Was ist das denn jetzt hier? Okay. Puh. Okay, es wird immer schlechter, habe ich das Gefühl. Von daher. Ja, aber macht Spaß. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, dann seid ihr hier immer up to date. Darüber hinaus, wenn ihr mich gerne unterstützen möchtet, schaut euch einmal die YouTube-Mitgliedschaft an. Alle Infos, alle Vorteile davon findet ihr, wenn ihr auf den Button klickt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.